FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER-Radio. Matthias Strolz über die Fouls des Sebastian Kurz. So titeln wir das folgende Stück Zeitgeschichte, passend vor dem Nationalfeiertag. Der ehemalige NEOS-Chef Matthias Strolz bietet, zehn Jahre nach der Gründung seiner Partei, exklusive Einsichten. Sebastian Kurz war immer exzellent informiert, da kriegst du fast die Paranoia, resümiert Matthias Strolz. Genau vor zehn Jahren, am 27. Oktober 2012, hat Strolz die NEOS gegründet. FALTER-Redakteur Benedikt Narodoslawski hat Strolz zum großen Jubiläumsgespräch gebeten, das wir Ihnen nun in zwei Teilen präsentieren. Strolz spricht in dieser Sendung nicht nur über seine Zeit bei den NEOS, vom Aufbau der Partei bis zu seinem Abschied aus der Politik, sondern auch über die ÖVP und das System Kurz. Beides kennt er aus nächster Nähe. Für die Volkspartei hat Strolz einmal selbst gearbeitet, bevor er sich von ihr entfremdete. Mit Sebastian Kurz und der damaligen Präsidentschaftskandidatin Irmgard Gries wollte Strolz später als NEOS-Chef eine eigene Wahlplattform gründen. Die Verhandlungen mit Kurz sind gescheitert. Im ersten Teil seines Berichts erzählt Strolz sehr persönlich von der Gründung der NEOS, die alles andere als leicht war und ihn aufgrund politischer Interventionen an den Rand der Privatinsolvenz brachte. Und er erklärt, warum er Sebastian Kurz einst bewundert hat, in ihm heute aber einen gefährlichen Lügner sieht und was er Kurz bei einem Abschiedsessen gesagt hat. Benedikt Narodoslawski, der mit Strolz gesprochen hat, berichtet zuerst, wie die NEOS überhaupt entstanden sind. Bevor es losgeht, erzähle ich Ihnen im Schnelldurchlauf die Gründungsgeschichte der NEOS, um dem Gespräch einen historischen Rahmen zu geben. Angefangen haben die NEOS bei Matthias Strolz und seinem Drang nach einer politischen Erneuerung. Schon Mitte der 2000er Jahre hatte sich der damalige Unternehmer und Berater mit Menschen aus dem bürgerlichen Umfeld getroffen, um in einem Wiener Café namens Eulennest über eine neue Art der Politik zu philosophieren. Mit dabei war damals schon ein Manager namens Veit Dengler. Mit ihm hat Strolz viele Jahre später, Anfang 2012, im Helenental 40 politische Menschen zusammengebracht. Das war damals ein bunter Haufen aus ehemaligen Wählern der Grünen, der ÖVP und der Liberalen, die auf der Suche nach etwas Neuem waren. Die Gruppe ging damals in eine Art Klausur und heraus kamen die NEOS, die offiziell am 27. Oktober 2012 gegründet wurden. Die damaligen Gründer hatten den Anspruch, das Land zu verändern. NEOS ist schließlich auch ein sogenanntes Kofferwort, eine Abkürzung für Neues Österreich. Die Grünung selbst kam in einer Zeit, in der die Große Koalition matt und aufgebraucht war und die ehemaligen Großparteien stetig Wähler verloren. Dass die NEOS ein Jahr später bei der Nationalratswahl 2013 erfolgreich den Sprung ins Parlament schaffen würden, war damals trotzdem alles andere als ausgemacht. Sie hatten kaum Geld, keine Strukturen, keinen Promi und führten einen Wahlkampf unter der Wahrnehmungsschwelle. Erst mit der erfolgreichen Wiener Landtagswahl 2015, die die heutige Parteichefin Beate Meinl-Reising als Spitzenkandidatin schlug, war klar, dass die NEOS gekommen waren, um zu bleiben. Die Geschichte der jüngsten Parlamentspartei verlief dennoch weiterhin turbulent. Auf die Fusion mit dem liberalen Forum 2014 folgte fast eine Fusion mit einem Teil der ÖVP. Der damalige NEOS-Chef Strolz führte 2016 geheime Gespräche mit dem damaligen Außenminister und ÖVP-Shootingstar Sebastian Kurz und der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Irmgard Gries, um eine gemeinsame Wahlplattform zu planen. Das Projekt scheiterte und der Nationalratswahlkampf 2017 wurde für die NEOS erneut zum Kampf ums Überleben. Heute stehen die NEOS bei 8%. Sie sind mit 15 Mandataren die kleinste Fraktion im Parlament. Am Anfang unseres Gesprächs habe ich Strolz gefragt, warum es gerade in den letzten zehn Jahren so viele neue Parteigründungen gegeben hat. Von den NEOS, dem Team Stronach, über die Liste BILZ und MFG und schließlich die Pir-Partei, deren Chef Dominik Vlasny gerade beim Präsidentschaftswahlkampf einen Erfolg gefeiert hat. Ja, Parteien wurden immer gegründet. Also es gibt ja über 1000 Parteineigründungen seit 1975. Allerdings sind die nicht ins Bewusstsein der breiten Bevölkerung gerückt. Das heißt, die waren auch in der Regel nicht erfolgreich. Jetzt ist es halt so, dass das Alte in seinem Marodieren und Sterben markanter Platz macht. Also das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht vollumfassend da. Und ich denke, dass einige dieser neuen Bewegungen auch Teil des Neuen sein werden. Das heißt, wir sind aus einer Vogelperspektive betrachtet in einer Umbruchsphase, die Jahrzehnte dauert für unser Land. Wir kommen aus der Zeit des rot-schwarzen Machtkartells. War keine klassische Demokratie westlichen Zuschnitt, sondern ein Machtkartell, hoch funktional. Wir haben ihm viel zu verdanken. Sozialen Wohlstand, Frieden, wirtschaftlicher Aufstieg. Aber jedes Kartell trägt natürlich den Keim des Marodierens und der Korruption in sich, weil es ja keine Selbsterneuerung gibt, sondern eben nur das Teilen der Macht am Tisch. Und ja, der Haider war der Erste, der da hineingegriffen hat. Der hat das natürlich erkannt, dass hier was im Sterben ist. Und seit damals sind wir am Umbauen. Haider hat hier die Dritte Republik als neues Modell ausgegeben, das zum Glück eine politische Eileiterschwangerschaft war, also ist nicht ins Leben gekommen. Auch Sebastian Kurz hat ein Alternativmodell nicht so klar umrissen, aber dann doch gelebt, wenn auch nicht explizit propagiert. Aber das war die Idee eines autoritären Staates de facto. Es war ja im kleinen Kreis dann schon sehr offensichtlich, dass er sehr viel von Viktor Orban hält und dass ihm das sehr taugt und dass er dem nacheifert. Das ist zum Glück nicht gelungen. Sonst, wenn das gelungen wäre, würde man vielleicht gar nicht da sitzen für so ein Interview. Aber das heißt, das Alte ist immer noch am Sterben. SPÖ und ÖVP marodieren hinter den mitunterpolierten Fassaden. Und es gibt viel Raum für Neues. Und deswegen treten die neuen Kräfte stark auch in die Öffentlichkeit. Sie kennen die ÖVP ja jetzt sehr gut. Sie waren ja in Funktionen oder in Vorfeldorganisationen tätig, haben auch für Sie gearbeitet. Jetzt gibt es zwei Langzeitlandeshauptleute von der ÖVP, die zurücktreten sind. Der Markus Wallner war zwischenzeitlich auch weg in Vorarlberg. Die Regierung ist wieder neu umgebildet worden. Jetzt ist die Kösting weg, Schramböck weg. Was tut Sie da jetzt Ihrer Meinung nach innerhalb der ÖVP? Wie kann man das beschreiben? Das Marodieren, der Verfall geht weiter, so wie auch bei der SPÖ. Also die Vitalität einer Sektion im, keine Ahnung, im 22. Bezirk, oder am 21. Die war schon mal größer. Oder umgekehrt gesprochen, sie war noch nie so mau wie jetzt. Und das heißt, beide ehemaligen staatstragenden Großparteien haben für sich noch keinen Weg gefunden, sich zu erneuern. An Haupt und Gliedern, um für die christlich-demokratischen ein Sprachbild des Zweiten Vatikanums zu bedienen. Das heißt, sich strategisch inhaltlich zu erneuern, das heißt, sich strukturell zu erneuern in der Aufbau- und Ablauforganisation und das heißt, sich kulturell zu erneuern. Also in den Vibes, im Lifestyle, in der Darbringung, in der Kommunikation, im Miteinander. Das wird nicht reichen. Also ich bin ein Systemiker von meiner Ausbildung, von meinem Beruf, von meinem Doktorat. Wir schauen so drauf, dass Organisationen Lebewesen sind und Lebewesen können sterben. Das gilt natürlich auch für Parteien. Also diese Orban-Nähe von Kurz haben Sie jetzt angesprochen. Jetzt haben wir gerade Anfang Oktober auch gesehen, dass der Nehammer mit Orban und mit Vucic, also dem Präsidenten von Serbien, da auftritt, um wieder gegen illegale Migration irgendwie Stimmung zu machen. Ist das noch das Über, der Rest von der Kurz-Ära oder ist das jetzt doch die Neuausrichtung, die die ÖVP einfach geht und mit der sie glaubt, dass sie Erfolg haben kann? Das ist halt ein Strohhalm. Natürlich haben sie voller Faszination selbst verfolgt und erlebt, wie das Thema unter Sebastian Kurz eingeschlagen hat, wie es ihnen auch zu hunderttausenden Wählerstimmen gebracht hat, von der FPÖ rübergeholt. Und das ist natürlich für einen politischen Führer oder eine Führerin oder eine Leadershipkraft, diese Wortkombination ist heikel, ist das natürlich schon heftig zu sehen, da hat was funktioniert und jetzt soll ich es nicht mehr machen. Da ist also jeden Tag die Verführung da ist, doch wieder zu machen. Gerade wenn man so exponiert an der Bühnenkante steht, wie hier der Kanzler und der ÖVP-Chef und die Dinge einfach nicht gelingen, man nicht wirklich eine gute Nachricht hat. Und ich finde auch, dass er fast ein bisschen unter seinen Wert geschlagen wird, muss ich sagen. Also so wie halt beim Sebastian Kurz in den ersten Jahren alles aufgegangen ist, hast du das Gefühl, naja, egal was er macht, es soll nicht passen. Und da greifst du halt dann nach alten Rezepten. Wir alle, wenn wir unter Druck sind, greifen auf alte Muster zurück. Der italienische Kellner, der seit 15 Jahren in Wien ist, stolpert mit seiner Pizza, fliegt am Boden und flucht auf Italienisch, obwohl er sonst 10 Jahre schon Deutsch spricht mit seinen Kindern. Also der Rückgriff auf alte Muster, besonders in einer Phase des Drucks, des Schocks, ist menschlich. Ich würde jetzt eh gern überleiten gleich zur NEOS-Gründung. Und dem geht ja ein bisschen der Erneuerungsversuch der ÖVP voran. Nämlich Sie waren da mit einigen Leuten in der ÖVP ja in diesem legendären Eulennest und haben versucht, die Partei zu erneuern. Jetzt waren da auch Leute dabei, die heute durchaus an den Schalthebeln sitzen, zum Beispiel der Wirtschaftskammerpräsident Mara. Warum gelingt es denen jetzt, diesen einzigen Reformkräften, nicht die Partei zu erneuern, wenn sie jetzt an den Hebeln sitzt? Das Eulennest war kein spezifisches ÖVP-Projekt damals. Wir waren so um die 15 Proponenten. Proponentinnen, ja, Harald Mara war auch dabei. Wir haben uns eben getroffen, unter anderem in diesem Café oder Restaurant Eulennest. Und haben damals gesagt, wir drucken das nicht durch, diesen Stillstand in Österreich. Damals war irgendwie, es war einfach, wir haben uns damals für jung gehalten, natürlich waren auch jünger als heute. Wir haben gesagt, so wird das nicht weitergehen können in diesem Land. Das war eben schon zum Greifen, dass hier die Kräfte, die dieses Land geschultert haben, nicht mehr in der Spannkraft sind, nicht mehr in der Lebendigkeit, Vitalität sind, um das weiterhin tun zu können. Und es war auch greifbar, dass das natürlich auch damit Platz macht für extreme Kräfte. Zum Beispiel, das hat mich immer sehr berührt auch, auch bei der NEOS-Gründung dann später, dass mir klar war, wenn kein neuer Spieler kommt aufs Feld, dann werden wir über Jahrzehnte dem Rechtsrand, dem Rechtspopulismus ausgeliefert sein. Dass das ein paar Jahre später dann die ÖVP besorgen würde, das war nicht absehbar damals. Das war ja nicht vorstellbar. Das Allnächst, wir haben verschiedene Projekte geboren, überlebt hat in der Umsetzung dann nur eines. Das war das Teilpaket, wo ich den Lead hatte. Ich war damals als Systemiker eben auch ein Großgruppenexperte und mich hat das fasziniert zu sagen, mach mal eine Großgruppe, mach mal so einen Open Space. Mit engagierten, interessierten Kräften und zwar zum Thema neuer Stil in der Politik. Dann haben manche gesagt, naja, also in der Politik geht es schon um Inhalt. Ich habe gesagt, nein, es geht um neuen Stil. Also Stil ist mehr als jetzt Oberflächenlackierung, sondern es geht um eine Haltungsfrage. Und wir haben ein Haltungsthema, wir haben einen Haltungsschaden in der österreichischen Innenpolitik insgesamt. Und das haben wir dann beschlossen, das setzen wir um. Der Harald Mara hat die Finanzierung aufgestellt. Er war da immer schon gut in Sachen Macht und Geld. Wir haben uns die Königsvisas engagiert. Das waren mit die besten Experten am Markt für Großgruppen. Und ich habe dann am Schluss, mir ist ein bisschen die Luft ausgegangen. Wir hatten da gerade das dritte Kind unterwegs. Und ich habe dann irgendwann die Projektleitung abgegeben an den Josef Lenz, späterer NEOS Lab Direktor. Er hatte Geschäftsführer für der Innovation in Politics Institute in Deutschland. Und ja, dann haben wir 120, 130 Leute gehabt in Lenz. In einem Spital, also in den Räumlichkeiten eines Spitals zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns dem gewidmet, eineinhalb Tage. Die haben sich das alles selbst bezahlt. Und wir haben gesagt, die Ergebnisse dieses Open Space wollen wir allen Parteien zum Geschenk machen. Als erstes werden wir zur ÖVP gehen, der stehen wir am nächsten. Aber allen Parteien. Der ÖVP haben mir das auch vorher schon gesagt. Das war spannend. Die haben dann darauf so reagiert, dass sie die Geschäftsführerin hingeschickt haben für ein paar Stunden. Oder die ist gekommen. Ich glaube nicht in der Haltung, wow, was passiert da? Obwohl ich sie gekannt habe damals, die Michi Meuzers. Sondern in der Haltung, sind die gefährlich? Da rotten sich 130 junge Leute zusammen, die irgendwie Potenzial haben. Dann haben die festgestellt, die wollen ja Geschenk machen. Gefährlich können die nicht sein. Also es ist dann dort auch nichts so homogenes rausgekommen, dass es überlebt hätte. Und ich habe auch für mich empfunden, erstens habe ich ja die Kraft nicht gehabt, den Lied durchzuziehen. War mit einfach unternehmerischen Themen beschäftigt, aber auch vor allem mit familiären. Und habe daraus viel Learnings mitgenommen. Nämlich, mir war völlig klar, 2011 dann, als Veit Dengler und ich die ersten 15 Leute einladen wollten, die dann 40 geworden sind. Es muss schon eine gewisse Homogenität haben in der Energie. Sonst bekommt es keine Form. Also es war ein wichtiger Zubringer damals. Springen wir da jetzt gleich mal rein. Also das gehört ja so zu diesem Gründungsmythos, dieses Standardinterview, das sie gegeben haben. Und das war ein Doppelinterview mit dem Josef Ostermeyer, dem damaligen SPÖ-Staatssekretär. Und er hat da so diesen Satz gesagt, naja, der Matthias Strolz redet lieber über Politiker und will es ja selbst entmachen, so ungefähr. War das tatsächlich so der Anstoß der Parteigründung? Basiert das sozusagen wirklich auf Zufällen, solche Parteineugründungen? Nein, das war der Schlusspunkt meiner Buchtour. Ich habe damals ein Buch geschrieben. Mitschuld war auch Erhard Bussek. Erhard Bussek hat im Jahr davor mich eingeladen, die Birgit Fenderl vom ORF und mich, in seinem Buch Was haben wir falsch gemacht? Mit seinen Altersweggefährten ein gewisses Merkulpa oder ein kritischer Blick zurück. Und er hat gesagt, er möchte ganz zwei junge Perspektiven drauf haben. Ich habe seit Jahren ehrenamtlich mit ihm gearbeitet und er mit mir in Alpbach beim Europäischen Forum. Und er hat mich eingeladen und ich habe dann das Schlusskapitel geschrieben. Und da habe ich gemerkt, bumm, das berührt mich. Auch da habe ich meine Liebe zum Schreiben, auch zum Publizieren entdeckt. Und dann bin ich auf diesen Verlag zugegangen. Kräme Herr Scheriault hat gesagt, ich habe da einfach, ich spüre da will was raus bei mir. Und ich habe dann das Buch geschrieben, warum wir Politiker nicht trauen und was sie tun müssten, damit sich das ändert. Und mit dem bin ich auf Tour gegangen, als Noname, also in manchen Bundesländern waren. Also der Auftakt war massiv, da haben wir eingeladen, der Verlag und ich. Die Corinna Milborn hat es moderiert und wir hätten eingeladen, den Sepp Bröll. Ich habe gesagt, Sepp, du kommst zweimal im Buch vor, aber nicht immer nur ganz positiv. Und ich hätte gerne das Finanzministerium für die Präsentation. Wir haben kein Geld, aber wir hätten die gerne am Podium. Das machen wir. Und er war ehemaliger Finanzminister. Genau, er war damals ÖVP-Chef und Finanzminister. Das war aber genau in der Woche, als er Trompose hatte. Das heißt, wir waren im Finanzministerium, 250 Leute. War ein Riesenauflauf. Die Eva Glavischnik war mit am Podium. Dann der Landwirtschaftsminister aus dem Burgenland, dessen Namen ich jetzt. Palakowitsch. Palakowitsch ist eingesprungen für den Sepp Bröll. So, wir haben das diskutiert und dann bin ich auf Tour gegangen. In manchen Bundesländern waren es kleine Gigs mit 20 Leuten. Vorarlberg war zum Beispiel viel. Abschluss war das im Keller des Museums für moderne Kunst, das Standardinterview. Das heißt, die Energie in Form gebracht habe ich durch das Buch wahrscheinlich. Also jedes Buch, vor allem die, die du allein schreibst und nicht nur jetzt einen Beitrag machst. Für mich war jedes Buch schon ein Stück weit auch so wegdefinierend, dass es eine neue Etappe in meinem Leben eröffnet hat. Ich sortiere mich dann. Ich komme in große Klarheit. Und daraus erwächst der Wunsch dann auch in Aktion zu gehen. Also der Mensch reifte im Dreischritt erleben, begreifen, gestalten. Weil manche sagen, warum, du hast ja vorher auch was gewählt. Warum braucht es eine neue Partei? Oder warum jetzt mit 40 Jahren? Ja, es ist nicht zu erwarten, dass ein 17-Jähriger sagt, ich gründe jetzt eine Partei. Das ist eine Mammutaufgabe. Oder ich gründe eine Partei mit. Eine Mammutaufgabe, die du nie alleine machen kannst. Das ist eine Lebensphasenentscheidung auch. Und du musst erst was erlebt haben. Und ich habe natürlich im Wirtschaftsbund, war ich außerordentliches Mitglied. Ich war nie ÖVP-Mitglied. Gab es auch 2001 ein kleines Scharmützel mit dem Stab von Wolfgang Schüssel, weil ich ihn öffentlich kritisiert hatte. Und dann haben mich die eigentlich immer als nicht ausreichend loyal eingestimmt. Aber im Wirtschaftswund war ich sehr tief drin und war außerordentliches Mitglied. Und ich habe viel gesehen. Und dann habe ich begriffen, habe auch begriffen, Alter, das geht so nicht aus für mich. Zum Beispiel Bildungspolitik, wie sie von der ÖVP gemacht wird. Geht so aber auch nicht aus für die jungen Menschen, idealerweise. Geht so auch nicht fürs Land aus, so wie SPÖ-ÖVP beieinander sind. Erleben, begreifen und dann erwacht der Wunsch des Gestaltens. Und da war das Buch im Mens wichtig. Veit Dengler habe ich beim Eilnest kennengelernt 2007. Also insofern, das war ein Weggefahrter von, eigentlich aus ÖH-Zeiten, von Harald Mara. Der war in der ÖH-WU. Und wir waren dann auch über die Jahre in Kontakt. Und ich sage auf die Frage oder die Anmerkung vom Staatssekretär Ostermeyer, also der Strolz, der tut ja eher reden, nicht selber anpacken, sage ich, nein. Man kann das auch online nachlesen. Nein, ich werde in der Politik sein. Das weiß ich aus der Tiefe meines Herzens. Wenn die Zeit reif ist. Und am nächsten Tag hat der Veit Dengler angerufen und gesagt, ich kann mich erinnern, er hat nur so irgendwie, Servus, du, die Zeit ist reif, oder? Und mir war sofort klar, was er meint. Und ich habe gesagt, ja, das glaube ich auch. Treffen wir uns, haben uns getroffen, ein Mann in Liesing, beim Liesinger Hauptplatz dort, Berchtalzsaufer Straße. Er hat seine Kinder in der Früh verschippert. Ich, unsere, haben gesagt, trinken wir einen Kaffee. Und dort ist uns die Energie sofort eingefahren. Immer, wenn ich dort vorbeifahre, auch nach zehn Jahren, elf Jahren, salutiere ich, ja, das ist eine goldene Erinnerung. Und dann haben wir gesagt, gehen wir, das war November 2011, gehen wir auf Workshop-Klausur, zwei Tage mit Gleichgesinnten. Jeder von uns lädt ein, 15 Leute im Jänner. Haben wir dann erst im Februar gemacht, dafür waren es 40 Leute. Und das ist dieses durchaus legendäre Hellenenthal-Meeting. Und ab dort gab es kein Haken mehr. Da war so eine Energie, da bist du nahe. Das war faszinierend. Und dann haben wir sofort Taskforces, Arbeitsgruppen gegründet. Dieses Hellenenthal ist ja legendär in der Neos-Community. Wie hat man die Leute gefunden? Wie hat man gewusst, wer spielt mit? Naja, da hat man schon, ich habe zum Beispiel davor auch bei einem Buch mitgeschrieben vom Herbert Peierl über Reformen in Österreich. Er war gerade Chef vom Management Club. Da war zum Beispiel der Geschäftsführer vom Management Club. Der war so einer, den man ansprechen konnte, weil er auch publiziert hatte. Also wir waren jetzt lang genug unterwegs. Wir waren jetzt keine Greenhorns mehr. Ich war ja auch in der Politikberatung, im Übrigen auch für rote Ministerien, nicht nur für schwarze, auch im Ausland. Also das war auch ein Geschäftsfeld von uns. Wir haben zum Beispiel den Nationalen Aktionsplan für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Markt hat unser Unternehmen mitbegleitet für Heinisch-Hossek damals. Ja, also vielleicht hat das jeder von uns schon im Hinterkopf gehabt über die Jahre. Da fangst du an, unbewusst Zettel schreiben, wer könnte dann so ein Mitstreiter sein, wenn wir es wirklich mal angehen. Wir hatten auch so eine Weinrunde damals über Jahre und da war so das immer im Raum. Wir haben immer nach fünf Minuten kam er ins Politisieren. Nach einer halben Stunde haben wir halt irgendwie die Parteien ausgerichtet und nach weiteren drei Flaschen haben wir befunden, es gehört was Neues her, nach weiteren zwei Flaschen haben wir befunden, wir sind gemeint und dann sind wir alle heim. Und am nächsten Tag mit einem schweren Kopf ins Bergwerk wieder jeder. Und das hat irgendwann auch einmal ein bisschen was Unwürdiges gekriegt für mich. Du kannst nicht immer nur, und so habe ich es auch meiner Frau natürlich erläutert, weil das wird kein Stein auf dem anderen bleiben, das wird alles umdrehen in unserem Leben und natürlich kannst du als Partnerin sagen, muss das sein? Müssen nicht, aber müssen schon eigentlich, weil ungelebtes Leben vergiftet. Also die Wahl war wahrscheinlich, dass wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre ich halt mit 49 jeden Abend um halb acht auf der Couch gesessen und hätte live die ZIP moderiert und kommentiert und die Welt ausgerichtet und wahrscheinlich hätten unsere Mädels und meine Frau gesagt, Alter, geh spazieren, tu was Sinnvolles, geh raus, mach was, aber hör auf, Motschka nicht nach oben. Also insofern hätte ich auch einen hohen Preis bezahlt. Aber das mit den Leuten, meine ich auch, wo hat man die Grundwerte auch schon gesehen, weil NEOS war ja auch ein Prozess, das heißt man hat sich ein Parteiprogramm tatsächlich erarbeitet in sehr vielen mühsamen Sitzungen mit den Themen und so weiter. Woher hat man gewusst, wer schon so das Mindset hat? Also wir haben, waren so übergeordnete Werte. Die Werte, wir haben das, wir waren natürlich auch Experten, also wir haben, so wie wir einen Markenprozess aufgleisen würden für ein Unternehmen, eine Non-Profit-Organisation, die uns dafür, keine Ahnung, 50.000, 100.000 Euro gibt, so haben wir das mit uns selbst gemacht. Wir haben unter den ersten 40 Geld gesammelt, haben unseren ersten Mitarbeiter eingestellt, also auch Organisation Building, wir sind aber auch bei den ersten zwei Tagen natürlich hinein, und haben gesagt, wir müssen uns darauf verständigen, unsere Kernwerte, wir müssen uns verständigen auf ein gemeinsames Leitbild, auf eine Vision, das haben wir alles in den ersten zwei Tagen gemacht. Das sind natürlich Vorarbeiten dabei gewesen, unter anderem Ferry Thierry, der ja auch im Umfeld der ÖVP im Bereich Homogleichstellung aktiv war, im liberalen Eck der ÖVP. Der Ferry war also sehr aktiv, war aber nicht sehr offen aktiv, weil er ja auch eine Public Affairs Agentur hatte und das hat sich ein bisschen ausgeschlossen. Und der Feit war auch klar, dass er irgendwo liberal bürgerlich ist. Wir wollten aber nichts Liberales gründen, sondern das war ein value-based Organisation Building Ansatz, so wie wir ihn auch international studiert haben. Ich habe ja viel gesehen, also ich habe von Tischlerei bis... Aber können Sie das umreißen? Was waren so die... Die Kernwerte, die ersten vier Kernwerte, die wir definiert haben, die bis heute halten, sind zwei stilistische Werte. Das war ein völliges Unikum für Parteien, weil auch Politologen uns gesagt haben, das sind keine Werte für Parteien. Naja, für eine neue Bewegung vielleicht schon. Sie kommen eigentlich aus der personenzentrierten Psychotherapie, aber ist egal, wo Sie herkommen. Die Frage ist, tragen Sie? Und die sind Wertschätzung und Authentizität. Weil wir das Gefühl hatten, diese zwei Werte fehlen in der österreichischen Politik. Und sie fehlen halt mehr denn je. Es sind ja die Parteien kaum mehr gesprächsfähig untereinander. Und die Wertschätzung auch gegenüber der Politik ist abhandengekommen. Aber auch die Wertschätzung der Politik sich selbst gegenüber. Also wir sind da nicht voll flächendeckend erfolgreich. Aber wir haben die Bedürfnisse der Zeit erkannt, glaube ich. Authentizität im Sinne von, das haben wir damals vielleicht vorausgeahnt, heute ist das erfolgreichste Politikgeschäftsmodell weltweit, sowohl in Demokratien als auch in Diktaturen, die Lüge als Standardinstrument, hemmungslos alltäglich angewandt, kombiniert mit grandioser Professionalität, mit Partialgenie möglicherweise noch und mit ganz viel Geld. Das ist Bolsonaro, das ist Donald Trump, das ist Johnson, das ist auch natürlich Orban, Viktor Orban, das ist Putin. Und Sebastian Kurz war auch diese Variante, nur die weltweit eleganteste Ausgabe davon. Dass man es kaum erkannt hat, weil es so elegant gemacht war und so high-end. Und ja, Authentizität heißt natürlich auch nicht lügen. Dann gab es zwei inhaltliche Kernwerte, die inhaltliche Stifter waren. Wir sagen, jedes Thema, das kommt, und wir uns inhaltlich der Programmarbeit widmen, werden wir diese zwei inhaltlichen Stifter fragen. Nämlich, das war die Eigenverantwortung und die Nachhaltigkeit. Also es kommt Bildung daher, frage ich die Nachhaltigkeit, was sagst du zur Bildung? Die sagt, naja, wir müssen zum Beispiel sprachliche Frühförderung forcieren, weil wir haben natürlich eine Chancenungerechtigkeit, gerade auch bei Kindern von bildungsfernen Schichten, auch mit Migrationshintergrund. Und was sagt die Eigenverantwortung? Naja, wir sollten zum Beispiel Schuldirektoren nicht mehr nach Parteibuch bestellen, wie die letzten 70 Jahre, sondern nach der Frage, was hast du für inhaltliche Vision für die Schule und was willst du umsetzen? Und so haben wir alle Politikfelder durchdekliniert. Wir haben am Anfang diskutiert, wollen wir nur zehn Punkte machen, die umsetzen und wieder gehen. Wir haben diskutiert, wollen wir nur ein Thema, Single-Issue-Partei. Aber wir waren so inhaltsfass besessen, dass wir Full-Range gemacht haben. Also eine Full-Range-Partei. Wir haben zum Zeitpunkt der größten Komplexität 120 parallel laufende Arbeitsgruppen gehabt in Österreich. Jeder hat natürlich für sich befunden, wir sind gerade am wichtigsten Teil dran. Also die große Aufgabe war, das immer wieder zusammenzubinden. Wir haben bis zum Wahltag Ende September 2013 insgesamt 13 Großgruppenklassen, das was andere Parteitage nennen und möglicherweise nur einmal in zwei Jahren haben, haben wir 13 davon gehabt. Entweder eintägig oder zweitägig, am Anfang mit 40 Personen, am Schluss dann mit 300 Personen und mehr. Also es war Wahnsinn. Wir haben Millionen von Stunden in den ersten zwei, drei Jahren, je nachdem wie man es rechnet, kommen wir auf zwei bis vier Millionen Stunden. Nur für Content-Entwicklung, Ehrenamtliche. Und dann hat ja natürlich auch der Parlamentsklub mit Hauptamtlichen, mit Angestellten, inhaltlich hineingearbeitet. Und die Partei mit einem kleineren Team. Aber das war schon sehr komplex. Und daran scheitern natürlich auch die allermeisten Parteien. Also wir hatten dann für den ersten Wahlkampf, weiß ich nicht genau, so 1,5 Millionen. Wir haben ja dann nach einem halben Jahr Verhandlungen mit 30 verschiedenen Feldern begonnen. Also wir haben zwei Vereine gegründet. Einen Parteivorbereitungsverein, der hat einen technischen Namen bekommen. Den hat uns das Innenministerium dann auch zuerst verboten. Da haben wir die Paranoia ausgefasst, dass sie uns irgendwie insgesamt verbieten wollen. Das glaube ich aber nicht im Nachgang. und einen Verein Österreich spricht, wo wir sofort mit Aktionen in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ich war in beiden der Vorsitzende. Und da haben wir zum Beispiel gemacht, so saubere Hände, eine Stand-up-Demo vor dem Parlament. Da haben wir mit systemischen Aufstellungen die Sentimentsstrukturen in Österreich vermessen, öffentlich. Im Haus der Industrie zum Beispiel, wenn man so Veranstaltungen macht. Also durchaus breit ausgeholt. Aber das war dann schon im Nachgang von diesem Treffen von Helenendal. Das war schon in der Umsetzung. Und wenn wir nochmal ganz kurz dort im Helenendal bleiben. Ich habe einmal die Geschichte gehört, dass es auch so war, dass sie die Leute aufgestellt haben, wen habt ihr früher mal gewählt. Und dann war die eine Hälfte schwarz und die andere Hälfte grün oder so. War das so die politische Schnittmenge in etwa? Ja, das ist uns passiert. Wir wollten natürlich dann auch, also wir haben rasch Zustrom bekommen von Menschen. Wir haben ja auch dann schon der Uwe Trummer, später ein Neos Steiermark-Chef, der hat in der Arbeitsgruppe da im Helenendal schon gesagt, wenn wir Formate gesucht haben für Kommunikation, wie wäre man größer, der hat gesagt, wir machen sowas wie Tapperwehrabende. Und wir haben alle gesagt, was heißt Tapperwehrabende? Naja, wir machen sowas wie, die organisieren sich das selbst und wir kommen ohne Plastikschir mit Politik, mit unserem Programm. Das haben wir gemacht noch. Also wir haben, das war extrem erfolgreich, Neos Tapperabend. Das war so erfolgreich, das war dann auch in den ersten Zeitungen, dass wir relativ zügig dann von der Rechtsanwaltskanzlei Schönherr, vom Tapperweh-Konzern aus Delaware, USA, einen Brief bekommen haben, wir sollen das unterlassen. Sie haben gehört, wir nutzen Ihren Namen und das ist heute der Neos Steiermark-Home-Abend. Aber wir sind aus jedem Neos Steiermark-Home-Abend rausgegangen, erstens mit Geld, wir haben immer Geld gesammelt, außer bei Pressekonferenzen, sonst immer. Das war ein bisschen nervig, weil meistens ja dieselben Leute gesessen sind. Wir haben ja jede zweite Woche immer selber eine gezahlt und jeder halt wie er können hat. Und dann irgendwann war halt einmal der erste Spender auch da mit 10.000 Euro. Ja, hurra die Gams. Und wir haben alles offen gelegt. Und wir haben dann, als wir so 250 Leute waren bei einer dieser Workshops-Klausuren, Mitgliederversammlungen, dann später haben wir eine Aufstellung gemacht, eben wer kommt wo her, wer hat was früher gewählt. Und da waren eigentlich drei Lager. Ein Drittel, das stärkste Drittel, hat Grün gewählt früher, der ersten 250 Neos. Fast gleich groß war das Drittel der ÖVP-Wählerinnen. Und ein Drittel waren Liberale, ein bisschen SPÖ-Wechselwähler. Und ja, damit war uns auch selbst klar, dass wir eh vermutet haben, wir sind irgendwo schon eine wertepassierte, wahrscheinlich würde man politologisch sagen, bürgerlich-liberale Bewegung in der Schnittmenge von liberalbürgerlichen Sozialdemokraten, die es auch gibt. Das ist ja sehr zahlreich. Aber bürgerlichen Grünen oder unternehmensaffinen Grünen, die was mit Entrepreneurship, mit Innovation zu tun haben und liberalen ÖVP-Lern, denen das zu verzopft ist und zu doppelbödig und zu versteinert strukturell. Als dann die Partei gegründet worden ist, das hat man im Lenental dann festgelegt, oder? Da hat man gesagt, man ist relativ ergebnisoffen reingegangen und am Ende hat man gesagt, es braucht die Partei. Genau, wir haben gesagt, die Energie ist da, die Klarheit ist da, wir haben ein Leitbild schon gehabt, auch ein zentrales Leistungsversprechen, eine USB haben wir formuliert, ein Leitbild und die Kernwerte. Zu den vier Kernwerten ist dann bei der Hochzeit fast ein Jahr später mit dem LIV im Ende jener 2014 der Wert Freiheit dazugekommen. Das war easy zu integrieren. Warum? Weil die Freiheit ist die siamesische Zwillingsschwester von der Verantwortung. Es gibt keine Verantwortung ohne Freiheit, es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Und dann haben wir auf der Klausur sofort auch Taskforce eingerichtet für den Aufbau von Strukturen, für den Aufbau des Programmprozesses, alles Mögliche, Finanzierung, Kommunikation. Jetzt war das so in der Luft, okay, da gibt es jetzt eine neue Partei. Wie haben dann andere Parteien darauf reagiert, speziell auch die ÖVP? Hat das irgendeinen Einfluss auf sie selber gehabt, auf ihr Leben, auf ihre Familie? Wie kann man sich die Reaktion darauf vorstellen? Natürlich heftig. Also für mich persönlich war es auch ein Loyalitätskonflikt natürlich. Ich habe mit der ÖVP schon eigentlich drei Jahre davor ein Stück weit abgeschlossen gehabt, weil es gab einige Erlebnisse. Ich war eingeladen in einer Expertengruppe für Bildung. Da waren so irgendwie 40 Leute von hochdekorierten Universitätsprofessoren, Rektoren bis halt auch Bildungssprecher. Und der Minister Töchterle ist damals gekommen, hat gesagt, er muss jetzt wissen, das muss jetzt über die Kante gesetzlich, ob sie die Lehrer für Hauptschulen weiterhin anders ausbilden sollen wie für AHS-Unterstufe. Er braucht ein Input von den versammelten Expertinnen und Experten. Schweigen. Er braucht ein Input, weil das Gesetz. Herumgeschaut war natürlich ein junger Berater da irgendwie. Ja, da melde ich mich halt. Und eines ist klar, das ist dieselbe Altersgehörter, hat denselben Lehrplan und sie wollen das unterschiedlich ausbilden, auch in Zukunft unterschiedlich bezahlen. Das ist eine Stigmatisierung sondergleichen, das ist ein Verbiegen von Lebenslauf. Also wenn sie das machen, also ich war da schon so distanziert, dass ich quasi, dann seid ihr zu Recht in dem Eck, wo die ÖVP ohnehin verortet ist, bildungspolitisch, nämlich im Bildungsbetoneck. Betreten und Schweigen. Da kommt neben mir ist gesessen jemand von der I.V., der hat gesagt, ja, sehe ich auch so. Sehen wir auch so, aber ich kann ja nichts sagen. Dann ist gekommen ein zerknütteltes Papierl, das war vom Vertreter der Wirtschaftskammer, sehen wir auch so, aber wir haben einen Mal gehabt vom Präsidenten. Und die drei Wortmeldungen nach mir waren Lehrergewerkschafter, die gesagt haben, warum man das also weiterhin getrennt halten muss. Die einen ins Töpfchen, die anderen ins Köln. Das ist ja aus heutiger Sicht, ich meine, das ist jetzt elf Jahre her oder zwölf oder dreizehn Jahre, stellen wir uns vor, das ist einfach mit dem 21. Jahrhundert und mit dem, was wir unter Fairness verstehen, hat das nicht viel zu tun. Da bin ich auch, ich bin fertig, ich bin durch. Und das war da aber überhaupt kein Groll gehabt. Ich war dann ohnehin beschäftigt mit unserem Unternehmen und mit auch der Familie, drei kleine Kinder, die nicht durchschlafen, da bist du ja auch paniert. Ich habe auch immer gewusst, es muss drei Kriterien, das Unternehmen, wir hatten dann 16 Leute, muss ohne mich eine Überlebenschance haben, das war ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig und Co-Eigentümern. Zweitens, das jüngste Kind muss durchschlafen, sonst druck ich das nicht durch und drittens, ich muss, ich habe eine wahnsinnige Angstlust gehabt, eine wahnsinnige Lust, aber auch wahnsinnige Angst. Die Lust konnte nicht größer werden, was zu machen politisch, aber die Angst musste kleiner werden und dann habe ich mich bekanntlich dann dazu auch in den Wald gesetzt mit Vision Quest und mich meiner Angst gestellt, fünf Nächte, vier Nächte, fünf Tage und die ist kleiner worden, die ist nicht verschwunden und die Lust war größer und nach den drei Dingen konnte ich kippen ins Tun und ich habe immer natürlich als Loyalitätsgründner auch gesagt, ich will, den Karl-Heinz Kopf habe ich dann beim Vorarlberger Ball, beim Ball der Vorarlberger, den ich immer moderiert habe, damals das letzte Jahr, weil natürlich den Landeshauptling da aus Vorarlberg anzumoderieren als Parteigründer ist sie dann nicht mehr ausgegangen, habe ich freiwillig zurückgelegt, die Aufgabe, aber an der Bar im Ballet Ferstl zu Mitternacht habe ich gesagt, Karl-Heinz, ich muss dir was erzählen, also wir gehen jetzt demnächst auf Klausur, wir gründen eine Partei. Und der hat so irgendwie mhm, also der hat irgendwie lachen müssen und er war auch geschlucken, also der hat halt, der hat auch schon viele verrückte, du triffst ja, wenn du in der Politik bist, so in einer Spitzenfunktion, triffst ganz viele verrückte Menschen, die ganz viele verrückte Dinge dir erzählen und manche auch verrückte Dinge machen und der hat sich ja gedacht, jetzt ist halt einer meiner früheren Mitarbeiter auch oder vielleicht auch nicht, der hat mich schon so gut gekannt, dass er das ernst genommen hat. Ich habe gesagt, ich werde es auch dem Christoph Leitl sagen als Präsident, weil er hat mir doch auch viele Jahre, war ich ein Auftragnehmer und das ist eine Aktualität. Bin dann auch ein paar Wochen später zum Christoph Leitl in die Wiedner Hauptstraße, Wirtschaftskammerchef, habe gesagt, du, wir gründen da und der hat da irgendwie auch geschluckt, ich werde auch meine außerordentliche Mitgliedschaft drohen stellen und ich wollte einfach das transparent halten. Der hat so irgendwie gemeint, naja, Reisende kann man nicht aufhalten und das ist halt schon, hm, hm. und dann war ich immer mit dem, aber immer nicht, aber mit dem Kabinettschef vom Spindlecker, der war dann Parteiobmann, den habe ich auch informiert eigentlich, weil es hat dann die Kronenzeitung geschrieben, wir waren dann beim Gewerbeverein bei einem unserer nächsten Meetings, dass wir dort waren und die Kronenzeitung, der hat geschrieben, da in einer Kolumne, also da gibt es irgendwelche Bürgerlichen, die sich zusammengerottet haben, da ist irgendwie der sinnlose Ahad Bussek dabei und irgendein Nonnen namens Matthias Strolz, keine Ahnung. Und damit war Feier am Tag, damit waren wir zum ersten Mal geoutet und dem Parteivorbereitungsverein, dem haben wir dann extra so einen Namen gegeben, den wir uns selber nie gemerkt haben, damit er auch medial nicht verwendbar ist, weil man hat gesagt, der soll ja im Geheimen operieren. Der ist dann beim zweiten Anlauf durchgegangen, die sagt, ich weiß heute nicht mehr der Name wieder. Wir haben dann uns den Codenamen Phoenix gegeben, weil man uns ja selbst irgendwie nicht mit diesem technischen Namen benennen konnte. Das haben wir dann später abgeräumt oder haben auch überlegt, soll das der Parteiname sein? So und ich kann mich dann erinnern an eines dieser Meetings, wo ich zu diesem Kabinettschef hin bin und und wir waren jetzt schon mehrfach Klausuren und das und das machen wir und der schaut mich groß an. und ich sage, was willst du? Und ich sage, naja, also wir wollen und habe halt unsere Vision. Na, was willst du? Und ich sage, ja, das heißt, was willst du? Ja, was willst du? Dann ist mir der Groschen gefallen, dass das quasi ein Angebot war, keine Ahnung, also nenne ich dann einen Preis, ich wäre gern Staatssekretär oder keine Ahnung, Minister. Und ich sage, ich will gar nichts, wir wollen fürs Land was, der Großes. hat er geschluckt. ja, dann sagt er, ja dann, ja dann, das wird unschön. Und wie unschön ist das waren? Und dann habe ich auch geschluckt, weil in dem Moment war mir klar, und so viel habe ich die Republik gekannt und ihre Untiefen, dass halt die Werkzeuge aus dem Folterkeller jetzt ausgepackt werden. Die waren wild, die haben beschlossen, der Johannes Rauch war Generalsekretär der ÖVP, der hat meinen Mitstreiter mitgegeben, den Strolz kennen wir, bringen wir um in drei Tagen. Also es war doch zu erwarten, dass es nicht physisch ist, aber sie wollten mich halt in die Privatinsolvenz ringen. Sie haben befunden, wenn wir den quasi unternehmerisch ins Leidern bringen, mit 16 Leuten, dann ist er in der Privatinsolvenz und mit drei Kindern, hat er was zu tun, ist er anderswertig beschäftigt die nächsten Jahre. Und wie geht das? Wie geht das? Also relativ einfach. Wenn du den ganzen öffentlichen Sektor hast, Zugriff. Die Aufträge, du kriegst keinen, am Anfang haben wir gedacht, geil, passiert nichts. Alles gut. Nach drei Monaten waren wir klar, scheiße, es passiert nichts. Also du kriegst nicht ein Stornerschreiben, Arschgesicht, sondern da kommen einfach Dinge nicht mehr, werden nicht mehr verlängert. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel ein Abteilungsleiter aus der Wirtschaftskammer hat gesagt, er findet das großartig, und geil und wenn er da Weisung kriegt von oben, da wird er dagegen halt nichts. Aber das war mir klar, also Ministerien, Kammern, das war ja völlig klar. Aber man muss auch sehen, der Wirtschaftsbund hat natürlich 100.000 Mitglieder, wenn es stimmt, am Papier. Das ist also ein Fünftel der österreichischen Unternehmerschaft und dann die andere Hälfte erreichst auch über den Bürgermeister oder Landeshauptmann oder Frau. Das heißt, Ihnen sind tatsächlich Aufträge dann sukzessive weggebrochen. Wir haben ein echtes Problem gekriegt, wir konnten dann Gehälter nicht zahlen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon die Geschäftsführung abgegeben gehabt, weil ich meine Hände frei haben musste. Und dann bin ich zu meiner Hausbank und habe gesagt, ich muss zuschießen, weil schlussendlich können wir nicht zahlen, weil ich hier auf Politiker mache oder Politik. Und ich sage, ja, mach mal. Wir haben ja Hypotheken von dir. Wir können dich und deine Familie aus dem Haus hauen, wo ihr wohnt. Ihr habt ja Hypotheken gehabt von 400.000. Hätten uns ausgehauen können. Mach mal. Kommt. Kommt das Geld nicht. Urgierig. Kommt das Geld nicht. War der erste schon vorbei, wir konnten nicht zahlen. Ich kann nicht zahlen, ich brauche das Geld. Dann kommt ein Zweizeiler. Die Zentrale hat sie als nicht kreditwürdig eingestuft. Das war eine ÖVP-nahe Bank. Ja, eine Landesbank. Also, ja, das gibt es ja nicht. Ich meine, ich will 45.000, damit ich die Gehälter zahlen kann. Ihr habt Hypotheken von 400.000. Das ist ja nicht, das ist ja in der Sache, ja, da war nichts zu reden. Alle anderen Banken haben das auch so gesehen und dann, zum Glück ist mein Trauzeiger eingesprungen. Der hat gesagt, das finde ich brutal und ja, meine Schwester hat mir was geboten. und so habe ich halt Geld ausgeliehen, damit das Unternehmen überleben kann. Veit Dengler hat relativ rasch innerhalb der ersten Monate eine Stauprüfung bekommen. Von dem wollten sie über 100.000 Euro, weil er irgendwas falsch gemeldet habe. Der hat über vier Jahre prozessiert, hat am Schluss keinen Euro bezahlt. Wir haben dann alle Spender offengelegt. da konnte sein eine Lehrerin aus Niederösterreich. Am Anfang haben wir alle offengelegt. Gab es keine Grenze, wo du optieren konntest für Anonymität. Später haben wir eine Grenze eingeführt, eben deswegen, weil wenn eine Lehrerin 100 Euro gespendet hat, dann war es höchstwahrscheinlich, dass der Bürgermeister angerufen hat und gesagt hat, hey, da ist der Vogel, oder wie? Wir haben dann, als wir Unterstützungserklärungen gesucht haben... Das war tatsächlich so. Ja, war so, ja. War so, ja. Die können mich auch alle klagen, haben sie nie gemacht. Also Johannes Rauch oder wer auch immer, die Banken, also ich erzähle es nicht zum ersten Mal. Ich will auch keine Mitleidsmarsche. Ich will nur sagen, wir wollen ja da was lernen über Zeitgeschichte bei diesem Podcast und dann erzähle ich halt, wie es war. Da sind Leute aufs Gemeindeamt gegangen, wollten unterzeichnen und unterstützungserklärung für die Kandidatur dieser neuen Bewegung. Manche sind heimgeschickt worden, den Zettel gibt es bei uns nicht. Andere, einer hat mir angerufen und hat gesagt, musst du dir vorstellen, haben sie zu mir gesagt, bist du nicht der, bist du nicht der Opa da von der Mietze, die einen Kindergartenplatz braucht? Ein anderer hat gesagt, nein, nehmen Sie den Zettel noch einmal mit, das beschränken Sie, am besten in zwei Wochen haben Sie da eh die Bauverhandlung. Besprechen Sie es dort noch einmal. Solche Sachen. Primarbestellungen. Leute, die bei uns dabei waren und so weiter. Die haben mir gesagt, wir wünschen keine politische Agitation. Also oft ist es so durch die Blume gesagt worden, dass natürlich alle gewusst haben, was Sache ist, aber dass du es mitschneiden kannst und es vor Gericht nicht hält. Unternehmerinnen, Unternehmer sind natürlich von Landeshauptleuten nachbetreut worden. Also Sie müssen schon wissen, wenn Sie hier hineinsteigen, dass wir uns da halt schwer tun mit Ihnen. Das, was ja auch dann klar ist, was das heißt für Unternehmen, die im öffentlichen Bereich aktiv sind. Waren Sie irgendwann an einem Punkt, wo Sie gesagt haben, ich schmeiße einen Hut drauf, das zahlt Sie einfach nicht aus, das ist einfach too much? Nein, nicht vor 2015. 2015 gab es diesen Punkt. Nein, 2013 war ich in einer wahnsinnigen Energie. Ich habe immer gewusst, wir sind im Parlament. Auch als die Zeitung geschrieben haben, die 1%, die haben keine Chance. Herbert Bayerl haben wir dann diskutiert, kommst zu uns, gehörst du eigentlich zu uns? Der war bei Magna Europe, damals Manager. E-Mailger, Landesrat, der Steiermark von der ÖVP. Ein liberaler Kopf, toller Karl. Große Sympathie mit uns, wir hatten eben gemeinsam auch ein Buch geschrieben, mitgeschrieben gehabt. Der Herbert Bayerl, Stronach wollte ihn immer als Spitzenkandidat, wir waren ja auch beim Frank Stronach, dann haben wir gesagt, hey, Sie haben was, was wir nicht haben, wir haben was, was Sie nicht haben und er hat mich angeschaut oder uns, was habe ich? So, ja, zum Beispiel Geld. Und was haben Sie? Ein Programm zum Beispiel? Er hat auch jetzt fünf Typen da beauftragt. Also der hat gleichzeitig mit uns begonnen, er hat am Anfang gesagt, er will aussichtsreiche, junge politische Projekte fördern, am Schluss hat er sich als Spitzenkandidat und Parteichef auserkoren. Ich glaube, er hat in dieser Phase rund 40 Millionen Euro ausgegeben für dieses Abenteuer und ist natürlich eingegangen, weil er das völlig falsch eingeschätzt hat und weil du diese Millionen ehrenamtlichen Stunden nicht aufwiegen kannst mit Millionen. Aber er war erstens einmal medial erfolgreicher und zweitens auch bei der Wahl dann erfolgreicher als Tineos. Ja, das tut auch weh. Aber Beil hat auch gesagt, ihr habt keine Chance, ich bin ein alter Fuchs, also ihr braucht entweder fünf Millionen oder ein Promi. Dann sage ich, ja, Promi, deswegen sind wir jetzt, da rufen wir an bei dir, die fünf Millionen haben wir noch nicht, müssen wir halt suchen und wir kommen auch mit einer Million durch. Wir legen zu Tausenden zusammen und wir haben schon die ersten Spender, die uns 10.000 Euro überwiesen haben. Eben mit dem Ergebnis, dass halt die alle nachbehandelt wurden von der ÖVP, auch mit Erfolg dann von Sebastian viele abgeworben wurden. Auch insgesamt das Erneuerungsversprechen Richtung 2017 wurde uns ja abgejagt von Sebastian Kurz. Sehr kunstvoll, muss man auch anerkennen. Die handwerklichen Fähigkeiten waren grandios von seinem Team und ihm und der neue Stil war beim Sebastian zu Hause, nicht bei uns 2017. Wir haben grudert wie die Wilden, das war ja meine zweite Wahl, das war noch schwieriger als 2013, das war Brutalität. Okay, ich habe es mir eigentlich für später vorgenommen, aber 2016 wollten sie ja das Erneuerungsprojekt mit dem Kurz machen, den sie ja sehr stark heute kritisieren. War das damals nicht schon auch absehbar, wohin die Reise geht und hat er sie geblendet oder waren sie da ein bisschen von der Macht sozusagen, weil man hat gewusst, er zieht, er ist jetzt der kommende Star. Haben Sie da auch gedacht, das wäre eine leichte Möglichkeit, mit an der Macht zu naschen? Nein, das lief anders. Also Sebastian Kurz und ich, wir kannten uns. Sie waren ja sein Rhetorik-Trainer. Er war in zwei Workshops, die ich geleitet habe. Also insofern wäre ich von tausenden Menschen Trainer, weil über die Jahrzehnte früher natürlich viele Menschen in meinen Workshops waren oder wie auch immer. Aber ja, ich kannte ihn und ich habe ihn sehr geschätzt als Staatssekretär. In unserem Unternehmen haben wir damals das größte Projekt, war ein nicht gewinnorientiertes, nämlich das sogenannte Start-Stipendienprogramm für Kinder mit Migrationshintergrund, begabte, engagierte Kinder. Da hatten wir fast eine Million Spendengelder drin. Und ich habe gesagt, ich will das auch nicht gefährden, wenn die uns umbringen wollen, das Projekt soll nicht mituntergehen. Wir haben das auch damals ausgegliedert in einen Verein. Haben Sebastian Kurz damals zum Beispiel zum Schutzschirmhang dieser Geschichte gemacht, das hat er auch gerne gemacht. Wir haben Role Models für gelungene Integration hier gefördert und jungen Menschen Chancen eröffnet. Und der Kurz hat ja die Integrationsbotschaft da gemacht, oder? War das das gleiche Projekt? Nein, das ist nicht das gleiche Projekt, aber durchaus, manche hat das sogar da hinübergenommen. Dort hat er eher arrivierte Leute gehabt, ältere, wir haben Jugendliche gehabt. Aber ich fand es grandios, dass hier ein junger Mensch dieses Thema Ausländer endlich einmal anpackt, nachdem diese Republik dazu keine Sprache hatte, außer die FPÖ. Und deren Sprache habe ich nicht geteilt. die SPÖ hat gesagt, alles ist gut, die ÖVP hat gesagt, gibt es da ein Thema? Die Grünen haben gesagt, es ist super, die Türen auf, kommen wir da, kommen wir. Ich finde, alle drei sind daneben gelegen. Und Sebastian Kurz kommt, ein bisschen leistungszwänglerisch, Integration durch Leistung, aber why not? Aber war hier einer mit einer neuen Sprache, potenzial orientiert zum ersten Mal, nicht Probleme. Wir haben zum ersten Mal Ausländer potenzialorientiert verhandelt, nicht problemorientiert. Ich war ein Fan. Sie werden auch Interviews finden, wo ich als Parteichef ihn lobe, als Staatssekretär. Und das ist natürlich sehr schmeichelhaft, wenn du von anderen Parteien gelobt wirst. Wir haben uns dann auch mal getroffen beim Game Changer von PULS 4 und waren zufällig zusammen bei einem Fotoshooting da und haben gesagt, wir müssen mal einen Kaffee trinken gehen. Das war, glaube ich, Anfang 2016. Und da haben wir einen Kaffee getrunken und haben gesagt, wo gehören wir eigentlich irgendwie zusammen oder wie? Und da sind wir auseinandergegangen, das war dann eben dem Kaffee Mozart im Ersten, ich weiß nicht, wie es heißt, sind wir auseinander, haben befunden, naja, wir mögen uns irgendwie oder wir schätzen uns, aber du bist dort, ich bin dort, zusammengehören tut da nichts. Oder gehen tut nichts miteinander. Und dann haben wir aber natürlich, ich habe die Imgad Gries gefragt, ob sie Präsidentschaftskandidatin der NEOS werden will, nachdem sie als Chefin der Hypo-Kommission exzellente Arbeit gemacht hat und plötzlich auch in den Medien war, war ich einer der Ersten. Ich glaube, die Stronachs haben sie noch früher gefragt, bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe sie gefragt, wir würden sie gerne kandidieren, unterstützen. Und sie hat, die Imgad, die hat ein Gerüttelmaß, natürlich ein Selbstbewusstsein gehabt und eine Version gegen Parteien, auch eine Geringschätzung und hat gesagt, naja, also wen, dann macht sie das als Unabhängige. Und habe ich gesagt, naja, wenn es so sein sollte, wir werden sie unterstützen. Und das war dann auch so, also das war der Imgad, glaube ich, gar nicht ganz so bewusst. Wir waren nach Persie über all die Monate und immer, wenn da im Fernsehen irgendwas mit ihrem Geist gelaufen ist, sind da relativ viele Neos dahinter herumgeschwanzelt. Und die waren aber nicht über Neos, sondern die sind einfach auch in ihre Bewegung hineingeflossen und haben das, wir sind ja irgendwie Piloten des Lebens, wir brauchen keinen Kommando des Parteichefs oder so. Jeder macht, was er will da und wenn er das für gut befindet, ist er dabei. Also habe ich noch mit ihr besprochen, ich meine, sie haben fast 18 Prozent oder um die 18 Prozent. Wie geht es weiter? Wir würden sie gerne, ich habe ihr angeboten, Listenplatz 2, wenn wir in die Regierung kommen, natürlich Justizministerin, wie auch immer. Sebastian Kurz war immer exzellent informiert, da kriegst du fast die Paranoia. Sebastian Kurz hat immer alles am selben Tag gewusst, ab und zu habe ich das Gefühl gehört, er weiß die Dinge, wovor ich es mache. Da war er exzellent vermessen, seine Intelligence, sein Geheimdienst quasi, war allumfassend. Der hat natürlich das Umfeld der Irmgard Gries vorher schon eingekreist gehabt, ihre größten Spenderinnen, Spender, ihre Weggefährten. Sebastian Kurz hat natürlich auch wesentlich mehr Charme entwickelt als ich. Also ich konnte mich mit Irmgard Gries im Café Eiles treffen, das mag beeindruckend sein, aber Sebastian Kurz war dann Außenminister und hat sie abgeholt am Minoritenplatz, hat ihr persönlich einen Kaffee angerührt, hat ihr zugehört, zuhören kann er exzellent und hat dann sie persönlich wieder runtergebracht. Das macht schon Eindruck. Und er konnte natürlich auch dann Unternehmen und so weiter Dinge anbieten. Ui, wir hätten dann nächsten Monat sind wir, keine Ahnung, im Iran auf Reise, Wirtschaftsdelegation, wollen sie nicht mit oder wie auch immer. Also im Umfeld. Da waren wir einfach arme Motschgerl. Konnten nichts anbieten außer Idealismus. Und da sind auch der Irmgard Gries einige zugestiegen, die gesagt haben, ihr gehört ja eh alle zusammen. Und Irmgard Gries hat irgendwann darauf bestanden, verhandeln wir doch einmal zu dritt. Und wir waren damals sehr beeindruckt von Macron. Wir waren mit den Macron-Leuten in Kontakt. Hommage. Hommage in Frankreich. Wir haben auch gemeinsam mit der D66 aus den Niederlanden und ich glaube die Centerparty aus Schweden und vor allem den Ciudadanos aus Spanien, sehr junge Partei, haben wir im Hintergrund vorbereitet die Verhandlungen für die Eingemeindung von Macron in das liberale Feld. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit Christian Kern im Parlament gesprochen, habe ich gesagt, jetzt holen wir uns den Macron für die Europawahlen. Er sagt dann, nein, er kommt gerade aus Paris, hat mit Macron Abend gegessen oder jedenfalls gesessen, der kommt zu uns. Sozialdemokraten. Nein, der kommt zu uns. Wir bereiten das schon länger vor. Ich habe den Macron dann auch geschrieben, natürlich, der Élysée ist sehr auf Hierarchie und Matching, der würde nie mit einem nur Parteichef reden, du musst schon Regierungschef sein, also auch Christian Lindner hätte da keine Termin bekommen, aber er hat mir zurückgeschrieben, immerhin, einen kurzen Brief und ein Dankeschreiben und wir haben aber mit seiner Nummer 2 verhandelt und auch seine Wahlkampfmethoden etc. hat uns fasziniert und hier eine breite Allianz zu formen, das hat mich dann schon angesprochen. Also das war dann schon ein Buu, ein Animo ist da in mir aufgestiegen. Da haben wir zu dritt verhandelt. Von uns Neos kamen eigentlich die ganzen Inhalte, mehr oder minder. Wir waren inhaltswütig wie immer, haben da 100 Reformpakete für Österreich aufgetischt. Und was ist von den anderen beiden gekommen? Ja, die Irmgard-Krise war wichtig auch als Kitt irgendwie, aber die Irmgard hat ja in dem Sinn kein eigenes Feld gehabt, sie hat ja keine Organisation gehabt. Die hätte natürlich Potenzial gehabt für die Wahlbewegung, aber sie hat keinen Apparat gehabt, sie hat halt mitgedacht und war da sehr wichtig auch in diesen Gesprächen und von der ÖVP-Seite gab es noch drei, vier Reklamationen auf der Inhaltsflanke. Damals schon gerade in diesen Monaten ist er dann auch gekippt. Mir war das nicht unrecht, weil ich fand, dass NEOS in der Migration, Integrationsfrage zu naiv war in diesen Jahren. Ich konnte aber hier nicht intervenieren als Parteichef, weil das, ich habe einfach die Hände zu voll gehabt. Du musst schon, wenn du so ein kniffliges Thema angehst, das sehr polarisiert innerhalb der Partei, musst du dafür Zeit haben, Macht haben, wahrscheinlich auch Geld haben. Alles hatten wir nicht, die Macht hatte ich vielleicht, aber die musste darauf verwendet werden, dass wir überleben. Weil die Grünen haben ja, die sind 83 gescheitert beim Einzug, 86 mit konsolidierten, zusammengelegten Listen eingezogen und dann waren es bis zur Ankunft von Van der Bellen eigentlich ein Prekariat. Sind immer an der Grenze der 5% herumgekrabbelt. Also das hat uns auch gedroht, 20 Jahre herumzukrabbeln und immer mit der Gefahr, dass du rausfliegst. Ja, aber irgendwie war klar, irgendwann im Sommer 2016 sind wir dann selber auch, meinen Vorstand, den habe ich punktuell informiert, die waren da sehr kritisch. Ja, aber natürlich wir haben es dann einfach nicht der Blasen. Also irgendwann war für mich auch, ich habe es dann eh im Zentrum erzählt, also irgendwann stand der Verdacht im Raum, dass er mich gängelt und beschäftigt und belügt. Irgendwann hat er selber gesagt, ich kann lügen, lügen können wir alle, aber das hat er in so einer Selbstverständlichkeit und Beiläufigkeit gesagt, dass ich halt im Bett gelegen bin drei Nächte und mir gedacht, okay, also da hat mir jetzt gerade, also wir sind, wir haben verhandelt am 23. draußen und stehen vor der Tür und sage, Sebastian, was machen wir, wenn die Medien uns drauf kommen? Und sagt er, ja, wir dementieren. Ich sage, es ist in Ordnung mit dem Problem oder Einwand, ich kann oder ich will nicht lügen. Er sagt, aber ich kann es. und Sebastian Kurz ist ein extrem kontrollierter Typ, das ist ihm rausgekrutscht, das war mir dann ihm auch ganz klar. Und natürlich hast du dann ein Echo im Ohr, sagst du, okay, aber ich kann es, ich kann es, was heißt das für mich als Verhandlungspartner? Außer, dass wir alle lügen. Also ich lüge auch, oute mich hier gelegentlich und ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der nicht jemals gelogen hätte. Aber die Lüge als Standardinstrument in der Politik, das verachte ich, das versaut das Land, das verachte ich. Und die Lüge als Standardinstrument, mögliche Standardinstrument deines Verhandlungspartners ist natürlich bedrohlich für dich als zukünftige Paarung. Und deswegen habe ich dann einen Machtsplit auf den Tisch gelegt, wo ich gesagt habe, okay, was uns nicht passieren wird, wir sind gekommen, um etwas zu verändern in diesem Land. Ich muss ausschließen, dass wir dann als irgendwie zehn versprengte Pinke unter der Fuchtel eines Klubobmanns Lobatka unter dem Dollfußbild hocken und sagen, bist du deppert, bei dem Schaß machen wir nicht mit. Weil die haben dann solche Dinge gemacht, ÖVP, SPÖ, wir befreien die Bauern ein Vierteljahr von den Sozialversicherungsabgaben. Ich bin ja Bergbauern, man möge die Bauern fördern, aber ich muss nicht jedem Bauer, der mit dem Mercedes auf dem Acker fährt, die Sozialabgaben ersparen. Da können wir vorher darüber reden, ob man nicht jenen 150.000 EPUs, die in der Armutsgrenze leben, Ein-Personen-Unternehmen das runterräumen hat, die könnten es brauchen. Und die SPÖ hat dafür den Pensionshunderter gekriegt, den man auch zur Sicherheit allen ausbezahlt hat, also zur Sicherheit auch allen Luxuspensionisten. Und die haben gesagt, solche Kuhhändel können wir nicht, da zucken wir aus im Parlament, da müssen wir aufstehen, sprengen wir uns raus. Dann haben wir gesagt, ja, dann sprengt es euch halt raus. Dann haben wir gesagt, aber das geht ja nicht mehr, weil wir haben die Lex Stronach. Der Stronach hatte schon einen Parlamentsklub, bevor er in Wahlen ging, weil er seine Mandate zusammengekauft hatte. Und darauf hat das Parlament reagiert, hat gesagt, das müssen wir unterbinden. Und damit war eine Clubgründung nicht mehr so einfach. Dann haben wir es einfach in eines unserer 100 Reformprojekte aufgenommen, haben gesagt, ja, das ändern wir dann halt. Wir sind ja eh Bundeskanzler dann und haben Regierungsmacht und das ändern wir. Dann können wir uns rausspringen, falls wir nicht rund sind. Dann sind wir draufgekommen, brauchen wir zur Drittelmehrheit. Das werden wir nicht schauen. Also habe ich gesagt, es braucht einfach eine Sicherheit, dass Irmgard Gries und ihr Feld und wir als Neos, es werden nicht alle mitgehen, aber ich muss meine Partei ein Stück weit sprengen. Du, viel schwieriger für die ÖVP, viel länger, viel größer, aber das ist halt einmal der Deal. Du bist der Kanzlerkandidat. Irmgard Gries und ich flankieren. Du hast die besten Werte. Und damit hast du natürlich auch die größte Macht und ich muss Gewehr haben, dass wir nicht verkauft sind mit Haut und Haar. und habe einen entsprechenden Machtsplit gefordert und da war er aus allen Wolken und gesagt, wenn du das so forderst, dann willst du das nicht. Mir war aber zu dem Zeitpunkt mit jeder Woche klarer, dass er mich eigentlich nur beschäftigen will. Ich glaube, dass sie im Sommer irgendwann, kann es nicht genau verorten, ich glaube, dass das anfangs ernsthafte Verhandlungen waren und meine Interpretation, vielleicht erzählt Sebastian, war es den Kurzes auch einmal öffentlich. Meine Interpretation ist, dass er dann im Sommer die Truppe von ihm, auch der Steiner und so, dass die umgeschwenkt haben und gesagt haben, wir hijacken die eigene Partei und die Neos tun wir noch ein bisschen Papierln, den Strolz tun wir hinhalten, damit dazu nichts kommt. Und dann habe ich im Herbst das entsprechend abgebrochen. Und Sie haben ja gesagt, die Inhalte, die Sie da am Tisch gelegt haben, haben Sie dann auch beim Erneuerungsprozess der ÖVP dann irgendwie gesehen? Ja, die Inhalte waren erstens vieles davon auch im Plan A von Christian Kern. Christian Kerns Antrittsrede war ja eine durch und durch Neos-Rede. Da ist uns auch ganz anders, weil wir gedacht haben, wie braucht es uns da noch? Und natürlich vieles davon hat die türkise ÖVP einfach übernommen. Nicht, dass sie es nur im Ansatz umgesetzt hätten. Sie haben ja kein einziges das Reformprojekt gemacht, außer die Zusammenlegung der Krankenkassen, wo wir damals schon im Parlament vorgerechnet und gesagt haben, das ist ein Mogelpackung. Heute wissen wir, dass es uns keine Milliarde gebracht hat, sondern hunderte Millionen gekostet hat. Das war uns damals schon klar. Hat niemand hören wollen. Das war so glaubhaft inszeniert, dass wenn du ihn kritisiert hast, haben die Leute zu dir gesagt, du bist ja nur neidisch. Und wenn du gesagt hast, er hat aber bei 2017 hat er einfach das Gesetz gebrochen. Das war ein Wahlkampf, der war einfach illegal. Er ist illegal finanziert und die Kanzlerschaft ist auf Gesetzesbruch gebaut. Weil er die Wahlkampfkosten hat. Ja, habe ich auch ihm gesagt. Bei unserem Abschiedsessen 2018 habe ich gesagt, Sebastian, du wirst das nicht überleben, politisch. Du wirst stolpern. Er schaut der Große und er geht, ja, denk an Helmut Kohl. Der war unsinkable. Aber dann ist er gestolpert, einmal über Parteienfinanzierungsskandal und dann zweites Mal und dann war er weg. Und du hast viele Parteienfinanzierungsskandale. Die sind noch nicht öffentlich. Das sind Geheimnisse, aber wir müssen auch bedenken, ein Geheimnis, das von mehr als fünf Personen geteilt wird, ist kein Geheimnis, sondern ist eine reine Frage der Zeit. Und ich werde es jedem Journalisten auch sagen, dass du illegal finanziert bist, folgendem der Spur des Geldes und dass das glatter Gesetzesbruch ist. Und so sollte man keine Kanzlerschaft begründen, weil das ist ein schlechtes Omen und das gibt keine Kammerpunkte. Und ein paar Monate später ist er raus, hat gesagt, sie haben mir also doch das überzogen, es tut ihm leid, ist ihnen passiert, also um schlappe fünf Millionen. Was erstens eine Lüge war, weil fünf Millionen überziehen kann da nicht passieren, das musst du planen. Zweitens eine doppelte Lüge war, weil natürlich die zwölf Millionen auch gelogen sind. Es waren 20 Millionen und mehr, behaupte ich. Die sind aber gut versteckt. Aber wenn du dann gegangen bist in die Öffentlichkeit und gesagt hast, erstens hat er gelogen, weil das war geplant, zweitens hat er doppelt gelogen, dann haben die Leute gesagt, du bist leidisch und lass einmal den armen Bub in Ruhe und lass ihn doch regieren und nur weil ihr keinen Erfolg habt. Aber warum haben Sie den Einblick gehabt? Das war zum Greifen, wenn ich die Stadthalle miete und da irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leute eine packt, dann ist einfach eine Million weg. Nämlich die erste von sieben. Und wenn ich das dann in jeder Landeshauptstadt mache, dann sind die anderen sechs Millionen weg. Und da ist halt extrem viel kriminell finanziert worden. Auf manches werden wir draufkommen, auf die Mehrheit nicht. Manches ist einfach auch gut gemacht. Und dann missbrauchen sie natürlich im ganz großen Stil die Kammern. Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, da laufen Hundertschaften, Tausende von Menschen, die bezahlt werden von Zwangsmitgliedern in Wahlkämpfen für diese Partei. Und mit dem müssen wir aufhören. Aber die Leute wollen nicht aufhören. Die Leute jammern über die Politik und über das Lügen, aber dann gehen sie zur Wahlurne und wählen wieder solche Lügner. Also man kann sich ihnen nicht helfen. Ich war heute auf einer Podiumsdiskussion, wo wieder geschimpft worden ist über die Politik und Politiker. Ich sage, wenn die Politiker scheiße sind, dann muss ja wohl die Wählerinnen und der Wähler scheiße sein. Weil die haben das entschieden. Ja, also da muss man schon selbstkritisch sein, finde ich. Und was meinen Sie mit kriminell? Ja, kriminell ist es einfach, wenn ich Millionen auf die Hand kriege und diese verwende, obwohl ich sie laut Gesetz nicht verwenden dürfte, ist das kriminell. Und die zweite Frage wäre, was hat das Gegenüber bekommen? Wenn wir davon ausgehen, dass jetzt nicht gerade die Leute herumlaufen mit Millionen und ein bisschen random die verteilen, sondern wenn man die Mutmaßung anstellen könnte, dass für Geld auch was zurückfließt, dann ist das natürlich strukturelle Korruption oder direkte Offene. möglicherweise. Ich kann es nicht beweisen, aber das liegt auf der Hand. Also, dass wenn Geld unter der Hand fließt, das gegen... Die Beschreibung, die Selbstbeschreibung war ja, wir sind hier, hallo, wir sind die Hure der Reichen. Also, wir bringen Dienstleistungen gegen Bezahlung. Das ist ja auch das Selbstbild. Das haben die ja natürlich mit einem humanistischen Unterton, aber so haben sie sich selbst auch gesehen. Und wir wissen ja auch, dass man sich eben... Dass sie auch Vermittlungsbüro waren für... Irgendwie treffen wir uns auf der Autobahnraststätte und besprechen meinen Steuerakt. Das ist ja so ein Geschäftsmodell, das ein bisschen seltsam ist, oder? Sie hörten den ersten Teil des Gesprächs, das Falter-Redakteur Benedikt Narodoslavski zum zehnjährigen Jubiläum der NEOS, mit deren Gründer Matthias Strolz geführt hat. Im zweiten Teil, der am morgigen Nationalfeiertag online geht, erzählt Strolz in einem selten offenen Gespräch über die Tücken des politischen Lebens. Er erklärt, warum er als Parteichef mit seiner eigenen Partei hadern musste, wie der Zusammenschluss der Liberalen die NEOS verändert hat, wie Menschen im politischen Geschäft zynisch werden, was man braucht, um seinen politischen Abgang zu planen und warum er eine rückkehrende Politik nicht ausschließt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Zeitgeschichte und Aktualität gibt es regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält sich auf dem Laufenden. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audio-Technik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Sendung. Zurück die nächsten Sendung. Vielen Dank.